Hallo liebe SCP-07-Fans, willkommen zurück bei unserem Format Mein Lieblingsrezept. Und wisst ihr, wer heute da ist? Unser Kapitän Ron Schallenberg. Hallo Ron, was hast du uns cooles mitgebracht? Ich habe uns heute Schnitze mitgebracht, genau zu deinen Schnitze mit Pommes. Mein absolutes Lieblingsrezept. Natürlich nichts, was ich jetzt jede Woche esse, aber zu besonderen Anlässen oder auch gerne mal nach einem Sieg, esse ich das sehr gerne. Das glaubst du nicht, ich esse das auch öfter gerne. Okay, wollen wir sofort anfangen? Wir machen das am besten zusammen. Immer erst ein bisschen würzen. Die Würze ist einfach nur Salz, Pfeffer, Paprika in relativ gleichen Anteilen, damit wir ein bisschen Geschmack dran kriegen. Es gibt natürlich viele Varianten, wie man ein Schnitzel panieren kann oder vorher auch plattieren kann, wie man es mag. Man kann so viele verschiedene Varianten bei Schnitzel nehmen. Dünn, dick, was eigentlich das Herz begehrt. Ich persönlich mag eigentlich immer eine Mischung, wo ein bisschen Fleisch dran ist, aber auch ein bisschen Panade. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Ron. Ja doch, ich mache das auch am liebsten so. Wie oft machst du dir das selber? Soll ich erst anmachen? Boah, also Schnitze mache ich schon häufiger. Das kommt schon ein paar Mal im Monat vor, ehrlicherweise. Jetzt nicht mit Pommes, aber doch, wie gesagt, absolutes Lieblingsrezept oder Lieblingsgericht. Deswegen haben wir auch zwei verschiedene Versionen. Was du öfter essen könntest, wäre natürlich Süßkartoffelpommes. Süßkartoffelpommes haben viel mehr Vitamin C und es ist ja eine Karotte und keine Kartoffel. So Freunde, wir haben es paniert. Wir gehen in die Küche und dann braten wir. Sehr gut. Die Pfanne haben wir schon schön heiß gemacht. Jetzt kippen wir Rapsöl rein. Bei Schnitzel natürlich nicht zu knapp, weil das Ganze muss wirklich schwimmen. Rapsöl ist immer ultra hoch erhitzbar, deswegen kriegen wir eine super Temperatur damit hin. Dann würde ich sagen, legen wir mal ein bisschen los. Ist das alles so in deinem Sinne? So machst du es Hause auch? Ja, so mache ich es auch, genau. Muss schön schwimmen da drin. So, du siehst, im Endeffekt ist der schon langsam braun. Soll ich wenden, möchtest du wenden? Ach komm, das wenden muss ich. Na, um, da waren wir zu schnell. Waren wir bei denen noch, oder? Ich glaube, der hier ist schon. Der geht. Der müsste, ne, siehst du? Ich glaube, der hier auch. So, dazu machen wir jetzt gleich, wie wir das vorhin gesagt haben, im Backofen ein paar Pommes. Genau. Die haben wir weder mariniert noch in Öl gemacht. Die könnt ihr natürlich in jeder Variation machen. Ihr könnt Salz als einfachstes dran packen. Salz, Pfeffer, Paprika. Ihr könnt Kräuter mit dran packen. Ihr könnt es als Veggies machen. Und eigentlich immer bei 160 Grad in den Backofen rein. Gar alle vier. Ja, die Mannschaft wird sich freuen. Die Mannschaft freut sich. Nur wir beide nehmen, wenn wir das machen müssen. Müssten wir nur mal mit dem Trainer sprechen. Ja. Heute kein Training, wir machen Schnitzel. So, das war's. Und dann können wir schon zu unserem besten Part kommen. Ja. Dem Essen. So Ron, dann sind wir bei meinem und hoffentlich deinem absoluten Lieblingspart angekommen. Yes. Dem Essen. Ich richte einmal ganz schnell an. Wir haben auch heute wirklich uns bei der Deko, haben Ron und ich uns wirklich absolut selbst übertroffen. Wir haben, damit es schön ist, eine Scheibe Zitrone dazu gemacht. Ich denke, du nimmst die normalen Pommes mit Süßkartoffeln. Hätten wir auch. Kann ich dich wahrscheinlich nicht erfreuen. Ein bisschen Gewürz noch drauf und dann probieren wir das Ganze. Guten Appetit. Guten Appetit. Entschuldigung. Wo ist mein Anstand? Schnitzel ist gut. Oh ja. Das ist perfekt. Wir beide essen jetzt weiter. Ich kann es absolut verstehen, dass das heute sein Lieblingsgericht ist, weil das ist definitiv auch eins meiner Lieblingsgerichte. Ich bedanke mich bei dir, Ron. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du da warst. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr demnächst wieder einschaltet. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.